Hallo alle zusammen. Heute geht es um die Fuji X106. Hier steht sie, das gute Stück. Eine der wenigen Exemplare in Deutschland überhaupt total schwer zu bekommen. Keiner weiß warum. Alle haben eine Vermutung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute hier ein Review bringen kann für dich, falls du sie dir vorbestellen möchtest, falls du sie interessant findest, weil viele, viele, viele interessiert dieses Thema Fujifilm X105, X106 und ich hoffe, ich kann heute mit meinem Video einen guten Beitrag dazu leisten. In Zusammenarbeit für dieses Video war ich oder bin ich mit Fotokoch zum Hashtag Transparenz. Fotokoch hat es mir ermöglicht, diese Kamera sozusagen für euch hier zu reviewen. Sie sind quasi, wenn man so möchte, Sponsor dieses Videos. Es gibt aber keine Absprache, was meine Meinung zur Kamera betrifft. Also muss er nichts weglassen oder muss besondere Sachen erwähnen. Ich bin da total frei. Okay. Ich denke, die breite Palette damit abgedeckt und versucht abzudecken für dich, um dir jetzt zu sagen, wie meine Meinung zur Kamera ist. Fangen wir an erstmal mit der Haptik und Verarbeitung. Das möchte ich unbedingt mit erwähnen. Das dürfen wir nicht vergessen, weil die Kamera ist eine sehr schöne Kamera. Sie wurde sehr hochwertig verarbeitet, fasst sich total massiv an, wiegt auch schon ein bisschen was in der Hand. Also für eine kleine Kompaktkamera ist sie schon schwer in Anführungszeichen. Das liegt in der Natur der Sache. Die Kamera ist hier oben komplett aus Metall gefertigt. Der komplette Body wurde aus Metall gefertigt. Hier gibt es dann hinten und an der Seite hier vorne gibt es diese Belederung. Die fasst sich auch sehr gut an. Und unten dran gibt es auch nochmal Metall, sodass die Kamera also komplett, wenn man so möchte, aus Metall gefertigt wurde. Auch Drehräder, Einstellräder, Einstelltasten sind alle oder fast alle aus Metall. Und natürlich auch das Objektiv hier vorne. Eine Festbrennweite, 23mm Blende 2.0 bis Blende 16 kannst du abblenden. Eine Festbrennweite, die umgerechnet 35mm ungefähr in etwa ergibt. Auf Vollformat gerechnet. Also nicht ganz zu weitwinklig, aber schon weitwinklig genug im Sinne von, du kannst damit eigentlich fast alles machen. Also von Streetfotografie, Landschaft, Portraits und 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 kann man wirklich gerade auch mit der Offenblende von 2.0 einiges machen. Und idealerweise verwendet man 35mm, wenn man nicht weiß, was kommt und erst einmal allgemein ein allgemeingültiges Objektiv einsetzen möchte. Von so her schon mal eine sehr gute Wahl von Fujifilm. Verarbeitung, Qualität, wie gesagt, sehr, sehr gut. Habe ich gerade eben gesagt. Hier vorne ist das Objektiv. Hier oben sind dann die Einstelltasten. Da kannst du dann Belichtungszeit und ISO eigen einstellen. Ich kenne das ja noch nicht von meiner XT-Serie. Da war ISO auch ein eigenes Rädchen, quasi extra. Hier sind es zwei Räder insgesamt zusammen implementiert. Das heißt, du musst nach oben ziehen, um die ISO einzustellen. Dann drückst du wieder rein, dass es bestätigt wurde. Und hier oben hast du die Verschlusszeit, die du auch bis zum Bulb oder 4.000 oder automatisch einstellen kannst. Dann gibt es daneben ein Einstellrad für die Belichtungskorrektur. Das hat auch Gott sei Dank kein Arretierrad, sodass du das Ganze frei immer drehen kannst. Der Druckpunkt ist perfekt. Der dürfte nicht anders sein. Darüber gibt es den Auslöser. Da habe ich mir jetzt hier so einen schwarzen Button reingeschraubt. Ich habe aber auch noch andere, ich habe sie gerade nicht hier, andere Farben, also Gold, Silber und Rot. Und da gibt es auch verschiedene Ausführungen. Da gibt es beim Ebay, beim Amazon, gibt es verschiedene Anbieter, die sowas haben. Kostet quasi Cent. Von so her kann man sich die Kamera auch hier sehr schön konfigurieren, denn es gibt direkt ein Loch hier, wo du das Ganze reinschrauben kannst. Daneben gibt es dann noch einen freikonfigurierbaren Button. Da habe ich mir jetzt die Gesichtserkennung draufgelegt. Und ansonsten gibt es hier oben nur noch den Hotshoe-Mount, den du benutzen könntest und den Schriftzug von Fujifilm. Vorne dran kannst du sehen, gibt es den Blitz. Der ist jetzt integriert. Der war bei der letzten Kamera. Ich weiß gar nicht, ob der integriert war oder oben zum Traufstecken war. Jedenfalls ist er hier integriert und ich brauche ihn persönlich nicht, aber du könntest ihn benutzen. Dann hast du daneben dieses Einstellrädchen. Das kannst du einmal nach links, wenn du die Kamera so in der Hand hast, nach links und nach rechts kippen und neigen. Und das sorgt dafür, dass der Suche hier drinnen umgeschaltet wird. Du hast ja sozusagen eine Glassuche, wo du rechts das Objektiv auch siehst. Das ist ein sogenannter Rangefinder-Suche, wenn man so möchte. Und der ist quasi aus Glas. Du kannst durchschauen, wie typischerweise auch bei den Spiegelreflexkameras noch vor ein paar Jahren. Und du kannst jetzt mit diesem Hebel dir ein Display anzeigen lassen in dem Glas. Das ist auch noch typisch wie Spiegelreflexniveau. Das kennen die einen oder anderen noch. Und dann kannst du mit einem zweiten drücken auf die andere Seite dir rechts unten ein kleines digitales Vorschaufenster, ein kleines Display anzeigen lassen. Und wenn du noch einmal drückst, kannst du dir komplett in dem Sucher einen digitalen Sucher anzeigen lassen, wie man das eben kennt. Ich benutze persönlich eigentlich fast nur den digitalen Sucher. Ich habe jetzt den Glassucher so gut wie nie benutzt, weil ich einfach gerne das fertige Bild sehen möchte und weil ich vor allen Dingen alle Einstellungen sehen mag. Übrigens, kleines Gimmick noch nebenbei, die Anzeige im Sucher wechselt, wenn du quasi im Querformat fotografierst, in das Hochformat automatisch. Also die Anzeigen verdrehen sich dann auf die Seite, wenn du im Hochformat fotografierst, damit du die Anzeigen, Belichtungsparameter, Wasserwaage und so weiter auch noch exakt alles sehen kannst. Finde ich ziemlich gut. Das sollten sich andere Hersteller unbedingt mal anschauen, weil ich finde, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das sollte es bei anderen Herstellern auch geben. So, soviel zu vorn. Ansonsten gibt es hier vorn noch den Blendenring, also die Einstellmöglichkeit für die Blende. Die kannst du auf Automatik auch stellen, sodass du dann hier vorn über die Drehtasten hier alles einstellen kannst, wie man das von anderen Kameras kennt. Oder du lässt es auf Blende 2.0 wie ich. Das ist meistens auf Blende 2.0, weil die Kamera für mich eher eine Point-and-Shoot-Kamera ist und wo ich meistens mit auf dem Blender arbeiten möchte. Und dann gibt es hier vorn noch ein letztes Einstellrad und zwar gibt es hier, das kennt ihr vom manuellen Fokussieren. Da kann man aber auch eine Funktion drauflegen und ich bin da persönlich nie ein Fan von, da etwas draufzulegen, außer bei der Fuji. Bei Fuji habe ich mir hier die Looks draufgelegt, also die verschiedenen Farblooks, die man abrufen kann, die den früheren Analoglooks nachempfunden sind. Also den Fuji Filmen von früher, den Filmrollen. Und da habe ich mir die Looks draufgelegt, sodass ich beim Fotografieren hier durchswipen kann, passt dieser Look oder möchte ich diesen Look, weil ich hier oben gerne den Fokus für das Gesicht haben möchte. Für die Augen mag ich dann hier gerne den Look einstellen und muss quasi nicht ins Menü gehen extra suchen. Ansonsten wäre es bei mir frei belegt gewesen und hätte es nicht belegt. Und noch an der Seite, das möchte ich nicht unterschlagen, gibt es hier noch die Möglichkeit, den Fokus einzustellen. Also Single Autofokus, Continuous und manueller Fokus. Beim manuellen Fokus muss man dann hier vorne auch dann fokussieren. An der Seite gibt es noch ein Fach mit drei Anschlüssen. Fuji hat sehr wenige Anschlüsse verbaut. Sehr schade, finde ich. Da hätte man schon noch ein bisschen was machen müssen. Das ist so die einzige Schwachstelle für mich an dieser Kamera, diese Klappe. Die ist jetzt besser als bei der XT-Serie früher, aber hat immer noch keine Gummilippe, wo ich mich frage, wo soll die Kamera dann wasserdicht sein oder spritzig-Staubwasser geschützt? Ich weiß es nicht. Also für mich erzeugt es jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass das Ganze wirklich Staub und Spritzwasser gut abhalten kann. Aber laut Fujifilm geht das wohl. Anschlüsse gibt es hier drei Stück und zwar einen Micro HDMI, einen USB-C, über den kannst du auch laden, über den musst du auch laden, weil es gibt kein mitgeliefertes Ladegerät zur Kamera bei 1800 Euro, Fuji. Und dann gibt es noch darüber einen Anschluss für den Remote, also für die Fernauslösung. Kannst du mit dem Telefon auch machen. Und natürlich auch für das Mikrofon und das ist ein Mikroklinke Fuji. Also so ein bisschen größer hätte das schon sein können. Ja, jetzt muss man hier einen Adapter verwenden für den Kopfhörerausgang, quasi über USB-C. Und für das Mikrofon brauchst du auch einen Adapter. Okay, das ist mitgesagt, aber das stellt mich überhaupt nicht zufrieden, weil diesen Adapter habe ich nicht, den müsste ich mir extra zulegen. Das ist wieder sowas, was du meistens nicht dabei hast, wenn du es brauchst oder eben verlierst. Okay. An der Unterseite gibt es hier dann das Fach für den Akku. Und das ist der Akku, den wir auch von der XT-Serie in der Regel auch kennen. Also zumindest von der XT2-Serie kenne ich den noch. Und der ist auch gut genug. Du kommst damit durch den Tag, wenn du hin und wieder fotografierst und filmst, dann reicht einer. Wenn du am Tag aber wirklich mehrere Stunden fotografierst, nimm mindestens noch einen oder noch sogar einen dritten mit. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, Speicherkarten zu benutzen in diesem Fach. Finde ich jetzt weder gut noch schlecht, dass es hier unten ist. Das ist jetzt keine Kamera, wo ich ständig und hektisch Speicherkarten wechseln wollen würde. Von so her ist es für mich zumindest persönlich okay. Und hinten dran siehst du schon, gibt es dann das Klappdisplay. Das ist zum Klappen und zum Neigen. Nicht zum Schwenken. Das finde ich ein bisschen schade. Beziehungsweise zum Swiffeln. Zu dir nach vorne geht es auch nicht. Du kannst es maximal so rauskippen, also so nach oben neigen. Das geht recht gut. Und nach unten für Überkopfaufnahmen. Du kannst es leider nicht Fuji-typisch wie sonst eigentlich an der Seite lösen, sodass du es quasi so kippen kannst zur Seite, dass du in Hochformataufnahmen auch bodentief arbeiten kannst. Das finde ich super schade. Also man hätte entweder das Display der X-T4 einbauen müssen, für meine Begriffe, was du komplett umklappen kannst und aber auch schützen kannst, indem du es rumklappst, sodass das Display quasi hier nicht zu sehen ist, wenn du es gerade in die Jacke legst oder so, die Kamera. Oder eben ein, zumindest ein neigbares Display von der Seite, dass du wenigstens im Hochformat auf bodentief arbeiten kannst. Ich finde es schade, dass beides nicht implementiert wurde, weil vor allen Dingen im Hochformat fotografieren ein bisschen tiefer oder ein bisschen höher. Das macht jetzt nicht so viel Spaß. Okay, ansonsten Fuji-typisch kleine Tasten. Der Joystick hier, der auch immer noch klein geblieben ist, der hätte ein bisschen größer sein können für meine Begriffe, funktioniert aber recht gut, ist nicht fummelig oder so und trotzdem gut verarbeitet. Dann hast du hier oben noch Fuji-typisch von der X105, kennt ihr das auch noch. Hier die zwei Tasten fürs Löschen und für den Focus Lock. Und die Q-Taste, die ist hier an der Seite. Die wandert immer mal so mal dorthin, mal dorthin. Bei Fuji habe ich das Gefühl, sie ist jetzt hier an der Seite. Das ist jetzt eine Taste, die ich total selten benutze, aber sie ist hier da. Und darüber natürlich eine Status-LED, wenn du die Kamera ladest oder wenn sie gerade auf die SD-Karte schreibt. Zum Schluss gibt es natürlich noch zu erwähnen, dass es zwei Einstellräder gibt, hier hinten bei mir und hier vorn. Und beide sind zum Drücken. Das finde ich super, weil du total schnell reinzoomen kannst in dein Bild und wieder rauszoomen kannst und andere Funktionen nutzen kannst. Finde ich super. Und apropos Speaking of Display und Sucher. Die Auflösung ist für meine Begriffe im Alltag total ausreichend und wirklich, wirklich gut. Nicht nur ausreichend. Das Display reagiert wie auf Telefonen typisch. Total schnell kannst du reinzoomen, reinzwipen. Du kannst rauszoomen. Du kannst durch die Dateien durchwischen und durchblättern. Das geht wirklich ideal. Du kannst auch beim Fotografieren und Filmen dir gleich mehrere Anzeigen nach oben mischen, indem du einmal drauf tippst oder nach oben mischst. Kannst du dir das Histogramm anzeigen lassen und, und, und. Du kannst auch darüber antippen und auslösen oder fokussieren. Du kannst darüber tracken lassen. Also es geht eine ganze Menge. Ich könnte jetzt weiter erzählen, weiter darüber sprechen. Also du merkst, du kannst mit der Kamera wirklich wahnsinnig viel machen. Das Menü ist dementsprechend auch nochmal gut untergliedert. Da gibt es ein eigenes Foto-Menü und nochmal ein eigenes Video-Menü. Wenn du in den Video-Modus gehst, taucht dann das Video-Menü auf und bis du im Foto-Modus taucht das Foto-Menü auf. Finde ich soweit okay. Finde ich nur dann ein bisschen schade, wenn du Einstellungen für das Fotografieren hast, die zum Filmen passen könnten und du umschaltest und quasi erstmal da nochmal alles umschalten musst, weil die Kamera anders eingestellt ist. Das ist so eine Fummelei, die kenne ich auch noch aus, also zumindest so ähnlich umständlich aus der Sony ZV-E10, die ich hier habe zum Größenvergleich. Kenne ich hier auch total umständlich, aber bei dieser Kamera hätte ich gedacht, es ist ein bisschen professioneller gelöst. Okay, Größenvergleich. Ungefähr gleich groß. Nur mal so zum Gegenhalten. Die Sony ist natürlich ein bisschen dicker nach vorn mit dem Objektiv. Die hat auch ein Wechselobjektiv. Aber so in etwa, kannst du sagen, ist das Packmaß in etwa. Eben mit dem Display zum Rausklappen. Gut. Speaking of Bildqualität, weil das ist ja das, was wirklich alle interessiert. Das ist ja die Kamera, die am meisten gerade gehypt wird, vor allen Dingen was die Bilder und den Look betrifft. Und ja, Fuji liefert hier wirklich ab. 40 Megapixel-Sensor, APS-C, Rauschverhalten sehr gut für 40 Megapixel unter APS-C, das muss ich sagen. Fotos mit ISO 10.000, ja, kannst du machen. Aber würde ich jetzt weniger für professionelle oder große Prints verwenden, das reicht für Social Media noch aus. Meine persönliche Schmerzgrenze liegt immer bei 3.200, 6.400. Irgendwo dazwischen liegt bei mir die Schmerzgrenze mit dem ISO-Verhalten bei dieser Kamera. Reicht aber auch, weil ich meistens, wenn ich indoor unterwegs bin, Zusatzlicht mit dabei habe. Oder eben, wenn ich der Meinung bin, dass es darf körniges Rauschen im Bild haben, dann ist es okay. Dann habe ich sowieso vom Look her eingeplant. Und ansonsten verwende ich die Kamera vor allen Dingen vorwiegend im Alltag und in Landschaftsfotografien. Und da spielt das ISO weniger die Rolle, weil ich sie entweder auf das Stativ stellen kann oder so lange belichten kann aufgrund des guten Bildstabilisators, dass es eigentlich auch weniger die Rolle spielt. Aber bis ISO 1000 siehst du quasi nichts anrauschen. Und das ist schon wirklich gut, wenn man bedenkt, dass es APS-C ist, 40 Megapixel und an Vollformat wären das ja fast 100 Megapixel, die man da quasi abrufen könnte. Und das ist schon echt eine Ansage von Fujifilm. Also Bildqualität können wir einen Haken machen, ist wirklich ziemlich gut. Ich blende auch einige Bilder hier zwischendrin ein, sodass du sehen kannst, wie sieht es aus, wenn du damit fotografierst. Was kann die Kamera liefern? Wie sehen die Bilder aus? Und dass du dir selbst auch ein bisschen nochmal einen eigenen Eindruck von den Ergebnissen machst. Jetzt ist es natürlich so eine Sache, du hast ein fest verbautes Objektiv und du kannst es nicht wechseln und das ist natürlich für einige auch so ein Thema im Sinne von, ist das spannend, nutze ich das kreativ, um weiterzukommen oder hindert mich das, schränkt mich das ein. Und da muss ich sagen, es sind 35 Millimeter, ich bin es persönlich gewohnt, auch durch viele Aufträge, ideal für fast alles, außer spezielle Geschichten. Und mit den 35 Millimetern bist du hier auch wirklich gut flexibel unterwegs. Du musst in Kauf nehmen, dass du dich bewegen musst. Du kannst nicht zoomen, du kannst auch nicht rauszoomen, du kannst diesen digitalen Telekonverter einblenden lassen, wo quasi aufgrund der 40 Megapixel nochmal reingekroppt, reingezoomt wird. Das ist okay, wenn du das Gefühl hast, du brauchst die Vorschau für ein Bild, was dann im Nachhinein zugeschnitten wird. Das empfehle ich dir aber nicht im Vorfeld. Ich empfehle dir, die Bilder ohne diesen Konverter zu fotografieren, damit du im Nachhinein am großen Bildschirm nochmal festlegen kannst. Lohnt es sich reinzukroppen oder ist es doch besser, vielleicht die Auflösung mitzunehmen und noch ein bisschen reinzukroppen, weil du bist dann festgelegt, das Bild hat dann weniger an Auflösung. Also das empfehle ich weniger, aber dass ich mit gesagt habe, das geht und das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Leica, wo man auch aufgrund des Sensors mit der hohen Auflösung einfach reinkroppen kann, um ein Pseudo-Teleobjektiv zu imitieren. Wobei es nicht diesen Look hat, das muss man immer wissen. Ein 70-200 hat einfach einen eigenen Look als jetzt 35 mm, die man quasi reinkroppt mit der Auflösung. Also da gibt es schon nochmal Unterschiede. Soviel zum Objektiv und natürlich ist das Objektiv gut. Das ist nicht nur gut, sondern sehr gut. Du kannst damit ideal draußen fotografieren, drin fotografieren. Die Farbwiedergabe ist top auf einem sehr hohen Niveau. Die Objektive von Fuji, das 23er, das 1,4er, beziehungsweise auch das günstigere oder etwas günstigere, das sind alles sehr gute Objektive. Und eins davon, wie gesagt, ist hier verbaut als festbrennweiten Objektiv, was du nicht abnehmen kannst. Und die Bildqualität, darüber lässt dich eigentlich nicht wirklich streiten, weil es einfach immer scharf ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Kamera mich im Stich lässt, weder mit dem Autofokus noch mit dem Bildergebnis. Von so her mit dem Objektiv bin ich sehr zufrieden. Du musst aber wissen, dass du, wenn du die Kamera draußen einsetzt, bei Spritzwasser oder Staub ein bisschen dunst, dass du dir hier vorne diese Gegenlichtblende dann noch kaufen solltest und draufschrauben solltest, weil die Kamera nur dann Spritzwasser und Staub geschützt ist. Nur dann, wenn es quasi hier vorne diese kleine Lücke dazwischen noch hat, die dann zu ist, dann kannst du angeblich die Kamera ohne Bedenken benutzen. Dafür lege ich meine Hand aber nicht ins Feuer. Das sind Angaben von Fuji. Und ich persönlich finde es ohne Gegenlichtblende ein bisschen schicker. Es ist ja dann, du hast diese Metallgegenlichtblende, die so ein bisschen gekrümmt nach vorn geht, die kantig ist. Die sieht schon ziemlich gut aus. Okay, soviel zur Bildqualität. Wie sieht es mit Video aus? Ich habe mir die Kamera nicht gekauft, um damit hochprofessionell zu filmen oder Filmaufträge zu machen. Ich habe andere Kameras, die ich dafür benutze. Aber du kannst es. Und Fuji hat für meine Begriffe das erste Mal in diesem Segment auch etwas getan, was sie sonst bisher nicht gemacht haben. Und zwar, du kannst auf einem sehr professionellen Niveau filmen. Hier bekommst du einen Vorgeschmack zur Videoqualität der Fuji X106. Ich habe das Ganze jetzt identisch aufgebaut wie meine Sony-Kamera, typischerweise hier in meinem Studio. Und du bekommst jetzt mit dem Standardprofil, mit dem Standardlook, hier einen Vorgeschmack bei 4K, wie das Ganze aussehen könnte. Und ich hoffe, das Ganze trackt jetzt. Ich kann mich nicht sehen, weil ich kann das Display nicht nach vorn drehen, habe auch keine Möglichkeit, das zu beprüfen. Aber das sollte in der Regel passen. Und der Look sollte schon Fuji-typisch, wie man es eben kennt, sein. Das heißt, du kannst im Log-Profil filmen. Du hast ein richtig knackscharfes 4K-Bild. Du kannst in Slow-Motion beziehungsweise in High-Speed aufnehmen, in Full-HD. Du kannst bis zu 6,2K-Bilder-Videos produzieren. Auch wenn ich persönlich das selbst nicht nutze, es geht. Und die Qualität ist sehr, sehr gut. Du hast eine sehr hohe Bitrate. Von so her kannst du auch sehr viel rausholen aus den Videos. Also wer damit professionell oder in die Richtung professionell filmen möchte und die Adapter hat für die Seite, der ist damit gut aufgestellt und steht quasi einer Sony oder einer Canon in fast nichts nach. Das muss ich damit sagen. Und einen Vorteil hat Fuji auf jeden Fall beim Filmen. Du kannst die Looks, diese Analog-Looks, direkt ins Video sozusagen verwenden. Also du kannst festlegen, ich will den Eternal-Look oder den Sepia-Look haben und den legst du fest in deinem Video und dann filmst du dein Video und diesen Look. Und das kann schon ziemlich geil sein, weil diese Looks im Nachhinein zu implementieren auf deinem Log-Video von einer Sony oder einer anderen Kamera, das ist schon ein bisschen tricky. Klar, da gibt es Latz dafür, die man benutzen kann, aber von Hause aus das so verwenden, benutzen zu können, das ist stark, muss ich sagen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das macht Fujifilm schon ziemlich, ziemlich gut. Ansonsten sind die Videos, wie ich gerade eben gesagt habe, in einem sehr, sehr guten Bild. Ton ist so eine Sache, da musst du dann schauen, dass du mit dem Adapter hier arbeitest oder du nimmst den Ton extra auf. Geht natürlich auch. Und ansonsten musst du es dann von der SD-Karte exportieren. Es gibt keinen internen Speicher für sowas und dann einfach am Rechner im Nachhinein bearbeiten. Soviel zur Bildqualität und zum Video. Jetzt so ein bisschen die Frage, ich habe die Kamera, wie gesagt, bei Aufträgen eingesetzt, in den Bergen eingesetzt, im Alltag eingesetzt und welchen Eindruck hat die Kamera mir vermittelt? Und ich muss sagen, das ist für mich die neue Immer-Dabei-Kamera geworden, also fast immer dabei. Weil klar, ich habe das Telefon, womit ich vieles im Alltag mache, gerade für Social Media. Aber für alles andere, und das ist eine ganze Menge, das alles andere, da nehme ich inzwischen sehr gern die Fuji einfach so mit. Einfach so im Sinne von, der Objektivdeckel kommt hier vorne drauf, der ist auch sehr schön flach und klein. Und dann wandert die Kamera an die Jackentasche und in die Hosentasche, weil sie eben noch reinpasst aufgrund der Größe. Und dann habe ich die dabei. Und im Zweifel, wenn ich jetzt unterwegs bin, gerade in der Familie oder so, und bin der Meinung, dieses Foto, diesen Moment möchte ich kein Festhalten, dann nehme ich nicht die Sony mit, dann nehme ich auch die Canon nicht mit, weil es einfach zu groß und zu schwer und zu umständlich ist. Da reicht die Fuji. Weil der Autofokus, gerade mit der KI, die jetzt verbaut ist, perfekt performt. Auch wenn es immer mal wieder Aussätze gibt, weil die KI noch dazulernt oder was auch immer der Grund dafür ist. Aber die Kamera kann die Augen tracken, links, rechts, du kannst sogar auswählen, welches Auge im Vorfeld. Sie erkennt Objekte, sie erkennt Menschen, sie erkennt Tiere, Autos, Fahrräder, Vögel, whatever. Also man kann damit schon eine ganze Menge machen. Und im Continuous Autofokus, gerade laufende Menschen oder Tiere, Hunde, erkennt die Kamera wirklich ideal, perfekt kann man sagen. Für mich hat Fuji damit fast das Autofokus-Problem gelöst, was sie bisher hatten. Klar, das Single-Autofokus, da ist immer noch einen Ticken besser, finde ich zumindest. Wenn man quasi gut geübt ist, ist der immer noch treffsicherer als der Continuous. Aber der Continuous ist halt schon so gut, gerade mit dem Objekt-Tracking, dass ich sagen muss, ja, dann kann man den durchaus Dauer verwenden. Von so her steht dem Ganzen nichts im Weg. Also im Alltag muss ich sagen, ideal als Zweitkamera, als immer-Dabei-Kamera und in den Bergen natürlich auch. Klar, ich war damit unterwegs, bloß morgen ein bisschen Dunst hatte draußen und ich hatte keine Gegenlichtblende hier vorne drauf, damit die Kamera auch geschützt ist vor diesem Spritzwasser oder vor diesem Dunst. die Kamera ging trotzdem und das hat mich überhaupt nicht gestört. Wo hat sie mich doch ein bisschen, naja, so ein bisschen zweifeln lassen oder ein bisschen mäkeln lassen an dem ganzen Konzept der Kamera? Das sind zum einen die kleinen Tasten. Also ich bin der Meinung, dass die Tasten super, super klein sind. Deshalb nimm die Kamera am besten mal in die Hand, bevor du sie dir kaufst. Im Zweifel den Vorgänger oder es gibt ja auch die X100F, die ja auch viel älter ist. Also im Zweifel vielleicht auch die mal in die Hand nehmen oder die kaufen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Es ist eine sehr kleine Kamera, nochmal kleiner als die XT-Serie. Du hast keinen richtigen Buckel hinten dran, wo du richtig festhalten kannst. Also du kannst die Kamera konfigurieren mit verschiedenen Haltegriffen und Drückern und so weiter. Aber es ist und bleibt eine kleine Kamera. Das musst du einfach wissen. Das hat mich jetzt nicht gestört, ist aber ein Thema, wenn du morgens draußen unterwegs bist und es ist kalt und du hast Handschuhe an. Dann ist es nicht die ideale Kamera. Dann musst du die Handschuhe ausziehen und dann musst du dich quasi in die Kälte begeben und dann musst du damit leben, dass du auch kaum Gefühl noch in den Fingern hast. Das musst du einfach wissen. Oder wenn es draußen nass ist, musst du einfach damit klarkommen, dass die Kamera sich dann deutlich schlechter bedienen lässt. Dann ist es so, dass die Kamera auch Geräusche macht. Also gerade beim Ein- und Ausschalten, ich kann das mal eben zeigen ins Mikrofon. Also dieses Knarzen und dieses Grummeln, dieses Knarzen, das ist auch typisch für den Autofokus. Das heißt, wenn du filmst und du bist sehr nah dran und nimmst den Ton mit auf, dann kann das ein Thema sein. Das ist nicht so schlimm wie alte Sigma Objektive oder alte, ja, alte günstige Objektive generell, egal woher. Aber es ist so, dass es Geräusche produziert. Dessen solltest du dir bewusst sein. Das heißt, im Zweifel den Ton entkoppeln oder einfach weit genug weggehen, damit quasi das Geräusch vom Objektiv nicht ins Video kommt. Wenn dich das stört, dann ist es nicht die richtige Kamera für dich. Nur, dass ich mitgesagt habe. Aber das sind so Kleinigkeiten. Also tatsächlich gibt es echt wenige kleine Details. Ich habe das mit den Anschlüssen erwähnt, ich habe das mit dem Geräusch erwähnt und mit den kleinen Tasten. Aber das ist eine Kamera, die wirklich mega viel Spaß macht, die wirklich einlädt, daran zu probieren, zu experimentieren, da rumzuspielen, die Looks auszuprobieren. Du kannst dir auch wirklich einstellen mit da ein bisschen mehr Schärfe, da weniger Kontrast oder umgedreht und da kann man schon echt wahnsinnig viel machen und kann sich quasi auch eigene Rezepte anlegen, um vielleicht sogar nur in JPEG zu fotografieren, um die Bilder quasi gleich fertig zu haben. Geht auch. Oder du stellst die Kamera komplett im Automatikmodus ein, also Automatik für die Verschlusszeit und Automatik für die ISO und lässt vorne auf Blende 2.0 oder Blende 2.8 meinetwegen, ein bisschen abgeblendet und dann kannst du die Kamera immer, fast egal, in welcher Situation verwenden. Ist gerade auch ein Thema für Menschen, die die Kamera das erste Mal benutzen und gleich Fotos machen möchten beziehungsweise sie jemandem an die Hand geben im Sinne von mach mal bitte ein Foto von mir oder von der Szene. Das ist eine ganz schlechte Idee, wenn die Person sich mit Fuji nicht auskennt. Also dann wirklich alles auf Auto stellen, auch ISO auf Automatik, dann geht das, dann funktioniert das. Kann die Person die Kamera nicht bedienen, weil sie das Bedienkonzept nicht kennt, wird es nicht funktionieren, weil die Kamera eben sehr eigen ist und weil sie auch entweder schnell über- oder unterbelichtet. Also es sind so Kleinigkeiten, die muss man einfach wissen und kennen, wenn die Kamera zum Einsatz kommt. Jetzt würde mich einfach interessieren, ob du die Kamera dir vorbestellt hast, ob du sie dir kaufen möchtest. Schreib das bitte gerne in die Kommentare und vor allen Dingen, für was du die Kamera verwenden möchtest und was ich genauso wissen möchte, ist vor allen Dingen, ob du eine X105 oder X100V hast und jetzt überlegst, auf die X106 zu wechseln. Denn das ist ein Thema, was sehr viele beschäftigt und auch mich beschäftigt hat. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich mir die X105 hole, weil sie ja inzwischen nun doch verfügbar ist, weil viele sie gebraucht quasi rausgeben und man sie einfach jetzt bekommt. Und ich habe echt lange überlegt, hole ich mir die X106, hole ich mir die X105 und ich bin am Ende doch dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich nehme nicht die X105 oder X100V, nicht weil sie technisch etwas schlechter ist als die X106, sondern weil es einfach das ganz neue Bedienkonzept im Sinne des Autofokus ist. Also die KI mit dem Autofokus und vor allen Dingen die Videofunktionalität, das ist wirklich ein Gamechanger, wenn man bedenkt, was da jetzt möglich ist mit dieser Kamera, das ist eine wirklich aufgepumpte Kamera mit Autofokus, mit Video, mit richtig guter Fotofunktion, mit einem richtig guten Bildstabilisator, einem Fünfachsen-Bildstabilisator. Da spricht schon viel für die Kamera und wenn man sich den Gebrauchtmarkt anschaut, die X105, die kostet ja ungefähr 200, 300 Euro, nur weniger gebraucht, dann würde ich immer zu dieser greifen. Also dann lieber warten, vorbestellen und warten, bis sie da ist und dann die nehmen, weil das macht es halt schon aus, muss ich sagen, weil wenn du dir die Kamera kaufst, dann willst du sie viele Jahre benutzen als zeitlose, minimalistische Kamera, so wie ich hier, dann lohnt es sich, das aktuelle Modell zu kaufen, weil sie einfach längere Firma-Updates bedienen kann, weil sie einfach mit dem besseren Autofokus hat, weil sie technisch einfach auf der Höhe ist. Von so her kann ich allen, die noch nichts in der Richtung haben und das aber jetzt angeschaut haben, empfehlen, eher die X106 anzuschauen. Für alle, die die X105 haben, die müssen natürlich wissen, was sie wollen, also du musst dann wissen, brauchst du mehr Auflösung, brauchst du mehr Video, brauchst du den Bildstabilisator, wenn du sagst, für die Schnappschüsse, die ich bisher gemacht habe, reichte die X105 auch aus, dann wirst du wahrscheinlich die X106 nicht wirklich brauchen, nicht wirklich, aber klar, im Zweifel vielleicht mal ausprobieren und gerade wenn du im High-ISO-Bereich immer unterwegs gewesen bist oder in der längeren Verschlusszeit aus der Hand, dann ist das schon ein Argument für mich immer zu sagen, man schaut dann doch das neuere Modell an, weil es das einfach besser handeln kann. Also es ist und es bleibt eine individuelle Entscheidung, ob du die Kamera dir wirklich zulegst oder nicht. Ich kann nur jedem raten, der sie ins Auge genommen hat und noch keine in der Richtung hat, sie sich mal anzuschauen und im Zweifel dann doch vorzubestellen und an Farben oder an Farbmöglichkeiten gibt es ja auch einiges an Auswahl bei Fuji. Es gibt die schwarze hier, diese minimalistische und es gibt die schwarz-graue, die nun richtig retro aussieht. Ich wusste auch echt nicht, welche Farbe für mich dann eher was wäre. Ich habe mich für die schwarze entschieden, weil sie minimalistischer aussieht und noch unaufgeregter, noch unaufdringlicher und die silbern-schwarze, die sieht halt total retro aus und zeitlos. Es gibt da für mich auch kein richtig und falsch. Es ist einfach eine Entscheidung von, ja, welche Schuhe ziehe ich heute an? Ziehe ich heute die an oder doch dann die an? Und im Zweifel hätte ich auch gern beide natürlich, klar. Aber ich bin froh und glücklich, dass erstmal eine hier da ist und überhaupt eine da ist von so her. Würde mich interessieren, wie du das Ganze siehst zur Kamera. Schreib das bitte gern unter dieses Video. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, ich konnte einiges zeigen. Ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen was erklären und dir ein Feeling von mir rüberbringen, was die Kamera betrifft. Denn es ist sehr speziell für so viel Geld, sich eine Point-and-Shoot-Kamera zu kaufen, weil man für dieses Geld nun deutlich andere Kameras bekäme. Also Vollformat zum Beispiel mit einem Objektiv und dann kann man nochmal ganz anders und auch flexibel mit arbeiten und fotografieren. Aber der Hype ist real und es ist nicht unbegründet, dass so viele Menschen da draußen auf diese Kamera schielen, die sie sich vorbestellt haben und unbedingt haben möchten. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, das hat ein bisschen gefallen. Ich hoffe, das hat Lust gemacht auf die Kamera. Und wenn das der Fall ist, dann lass gern einen Daumen nach oben hier, abonniere meinen Kanal. Das hilft mir im Algorithmus und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! 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 Vielen Dank.